Jeannette Jelen, also die Finanzministerin der Vereinigten Staaten, die ist voll nett, denn sie reist aktuell um die Welt, um armen und schlechtverdienenden Entwicklungsländern Geld anzubieten. Da schlägt man doch gerne mal zu und freut sich und akzeptiert die freundliche Geste der US-Gesandten. Wie? Akzeptiert man nicht? Man hat eigentlich gar keine Lust auf Jeannette Jelen, weil sie gar nicht unterwegs ist, um den armen Ländern wirklich Geld anzubieten, sondern eher, weil die USA langsam merkt, dass die vom Westen unterdrückten Länder eher Richtung China und dem Osten sich orientieren. Spannende Wendung! Wer hätte das denn je gedacht, dass der Einfluss der USA als Weltnacht eines Tages mal abnehmen könnte? Also mal Spaß und Ironie kurz beiseite. Wir haben in den letzten Monaten vor allem hier auch auf dem Kanal oft vom Thema Machtverschiebungen gesprochen und wie die USA vielleicht auf all diese Dinge reagieren könnte. Und jetzt, da gab es mal ein paar konkretere Anzeichen dazu, dass Washington sich wahrscheinlich wohl sehr wohl der aktuellen Lage bewusst ist und wir blicken da jetzt mal ein bisschen genauer hin, warum ich gerade so ein bisschen ironisch wurde. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren erfolgreich in Edelmetalle und Rohstoffaktien und wenn ihr für euch aus unserem Content etwas mitnehmen könnt, dann gebt uns doch gerne mit einem Daumen nach oben etwas zurück. Das freut uns sehr. Jetzt starten wir direkt ins Video. Euch allen ist die Weltbank vermutlich schon ein Begriff, den ich nicht weiter erklären muss. Ganz kurz nur, das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit dem großen Ziel, unter anderem Entwicklungsländern Kredite für ihre Entwicklung zu geben oder beziehungsweise für die Entwicklung der entsprechenden Wirtschaft. Das klingt ja auch erstmal ganz gut. So nach dem Motto, nehmt euch Geld, baut dann eine Wirtschaft auf und dann zahlt es irgendwann aus den erwirtschafteten Erträgen eure eigenen aufgebauten Wirtschaft wieder zurück. Die Weltbank könnte man also als ein gutes Indiz dafür nehmen, wie überlegen die USA dem Osten und insbesondere eben den Russen und den Chinesen ist. Doch hier scheint es einen kleinen Knacks gegeben zu haben. Zum einen, und das haben wir ja auch schon gesehen, dass eben dieser globale Süden, vor allem also afrikanische und südamerikanische Länder, sich schon mit Beginn des Ukraine-Konflikts nicht mehr so wirklich gegen Russland in Form von vielleicht öffentlichen Verurteilungen oder auch dem Mitspielen bei Sanktionen beteiligt haben. Zum anderen blicken wir kurz mal in die Geschichte. Nachdem die Weltbank und dazu noch direkt der Internationale Währungsfonds 1944 auf einer Konferenz in Bretton Woods gegründet wurden, wollte diese vor allem von den USA kontrollierten Organisationen, wie bereits schon gesagt, den ärmeren Ländern unter die Arme greifen, sie unterstützen und auch die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigen. Wenn wir jetzt aber seitdem mal viele Jahrzehnte später realistisch auf die Welt blicken, so sind aus diesen meisten Entwicklungsländern bis heute eigentlich keine so richtig relevanten Industrien entstanden. Dazu haben viele, vor allem auch afrikanische Länder, historisch betrachtet eher auch weniger Lust auf den Westen und das machen sie auch immer öfter deutlich. Es gibt zum Beispiel auch viele Länder, die sich öffentlich auch gegen die Macht der Amerikaner äußern. All das und sicher noch einiges mehr haben nun dazu geführt, dass die Weltbank, von der ich ja gerade von der Relevanz berichtet habe, inzwischen von China abgehängt wurde. In den Jahren 2011 bis 2019 haben die Weltbank und andere westliche Hilfsorganisationen 241 Milliarden US-Dollar an Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen geliehen und damit eben auch in ihre Abhängigkeit gezogen. Die chinesischen Banken hingegen haben im gleichen Zeitraum 473 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, so schreibt es zumindest das Wall Street Journal, da habe ich diese Zahlen her. Ihr seht also, da ist ein ziemlicher Unterschied. Und das zeigt für mich recht klar, wo eben diese Reise hingeht. Obwohl China wohl angeblich kommerzielle Bedingungen an die Kredite knüpfen soll und die Konditionen der Weltbank eben dementsprechend besser seien, orientieren sich wohl trotzdem mehr Kreditnehmer derzeit Richtung Osten. Und ich will damit nicht sagen oder auch urteilen, dass China oder die ganze BRICS langfristig betrachtet besser für diese Länder sind als die Amerikaner als Partner. Aber alleine der Fakt, dass die chinesischen Banken eben fast doppelt so viel Kredite bereitstellen, wie eine extra für solche Entwicklungskredite gegründete Organisation seitens der Amerikaner, das ist für mich eben ein ganz klares Zeichen, wie viele Entwicklungsländer zu dem Westen und zu den Amerikanern stehen. Und das ist vermutlich etwas, was ja auch viele von euch, von den Zuschauern hier wissen. Der frühere Finanzminister Larry Summers twitterte dazu am 14. April diesen Jahres bereits einen sehr passenden Satz, den ich hier einblende und parallel mal kurz auf Deutsch übersetze. Und zwar schrieb er, jemand aus einem Entwicklungsland sagte zu mir, was wir von China bekommen, ist ein Flughafen. Was wir von den Vereinigten Staaten bekommen, ist eine Belehrung. Klar wird dadurch eben auch, dass viele Länder wirkliche Taten sehen wollen. Also genau das, was ich anfangs angesprochen habe. Wenn man jetzt seit knapp 80 Jahren Kredite für den Aufbau einer Wirtschaft verteilt und man bis heute in vielen dieser Entwicklungsländern echt, wie gesagt, wenig Fortschritte in Hinsicht relevanter Wirtschaftszweige verzeichnen kann, dann merken diese Länder ja auch irgendwann, dass sie ausgenutzt statt unterstützt werden. Ja, hier ist wieder das Thema Rohstoffe, wovon wir auf dem Kanal ja ebenso häufig sprechen. Und China bietet diesen Ländern eine Hands-on-Alternative. Und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Janet Yellen jetzt so fröhlich durch die Welt reist und fleißig Werbung für die Weltbank macht. Es ist also weniger ein, ja, ich möchte euch allen Geld anbieten, sondern, oh, wir merken gerade, dass wir an Relevanz und vor allem an Einfluss verlieren, weil ihr eure Abhängigkeit nicht mehr in die USA, sondern an China richtet. Und für mich ist das jetzt eben ein weiteres Indiz für die bereits viel diskutierten globalen Machtverschiebungen. Die Amerikaner werden es sehr schwer haben, den Dollar und auch ihre Weltmachtstellung langfristig betrachtet aufrechtzuerhalten. Ganz klar, wie schon oft gesagt, beides wird jetzt nicht über Nacht an Relevanz verlieren. Aber wir sollten auf jeden Fall ganz gespannt betrachten, wo die Reise in den nächsten 10, 12, 15 Jahren hingeht und uns entsprechend positionieren. Doch parallel, da bekommt auch China langsam ernste wirtschaftliche Probleme und die könnten vielleicht sogar auch größer sein, als man derzeit annimmt. Das heißt, auch da sieht nicht immer alles rosig aus, doch die Chinesen gehen derzeit wohl zumindest offenbar mit ihren möglichen Partnern in der Zukunft ein bisschen besser oben als die Amerikaner, zumindest wenn man mal auf die blanken Zahlen schaut. Schreibt ihr mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare unten rein, wie ihr die derzeitigen Entwicklungen einschätzt. Wo geht die Reise hin und wie stellt ihr euch auf diese Entwicklungen vielleicht persönlich und in Form eures Investments ein? Denn am Ende würde ja mit einer globalen Machtverschiebung auch vielleicht eine Art Lebensänderung einhergehen. Mich würde mal eure Meinung zu dem ganzen Thema interessieren. Glaubt ihr, dass sich der Rückgang der Amerikaner in der gesamtglobalen Betrachtung zurückgehen wird und dass sich jetzt eben mehr Länder Richtung China orientieren werden? Oder glaubt ihr, dass vielleicht Janet Jelen mit ihrem aktuellen Projekt, um die Welt zu reisen und wieder Länder für die Weltbank zu begeistern, Erfolg haben könnte? Und was glaubt ihr, wie sich das auf das Thema globale Machtverschiebung auswirken wird? Ich bin gespannt, von euch zu hören. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst gerne ein Abo auf dem Kanal.